moin moin und herzlich willkommen zurück zu den metallbaden nehmen wir auch noch mal mit packen hier noch ein paar planken ein genau hier dann können wir das hier auch noch mal einlagern da können wir die hier auch noch mal einschmelzen endlich und dann würde ich sagen den können wir einfahren und wir setzen die segel wir sind mit der insel durch ab zur nächsten insel ich hoffe der vogel lässt uns in ruhe hier haben wir die baumaterialien dann können wir mal schauen ob wir den empfänger endlich bauen können immer noch nicht oder die antenne antenne können wir schon mal bauen genau wir brauchen leitplan für wo waren die hier glaube ich leider platte da brauchen wir wieder fünf kunststoff wir müssen kunststoff sammeln wir haben so gut wie die gar kein kunststoff jetzt sagen die ablacht dort war das denn für den rucklauch die zweite achs können auch erst mal hierhin lagern dann können wir hier vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen und hier wie wird es aussehen wenn ich den hierhin baue hier können wir den nicht bauen okay dann ist es halt so wir brauchen jetzt aber plastik und ich hoffe da kommen jetzt patroon und der kupfer baden ist fertig so packt man den auch schon mal da rein dann haben wir schon mal wieder fünfe und da konnte plastik an ja nice und davon ist der nächste hallo boris ja nice den haben wir nicht mitgekriegt okay immer ein bisschen plastik da nur ein haben wir gekriegt und dafür unnötig fallenblatt und steine aber dafür wieder ein seil sein können wir wieder sammeln auch mal wieder weil wir haben jetzt doch schon ein bisschen wenig seil bekommen so plastik hier dann leiter platine wie viel haben wir wie viel brauchen wir wir brauchen hier 1 2 3 4 5 also drei leiter platinen brauchen wir insgesamt noch jetzt noch 2 und den kriegen wir nicht ein bisschen enttäuscht jetzt aber wenigstens werden wir den da ziehen und da ist hoffentlich auch noch ein bisschen plastik mit bei nicht hier runter fallen bitte naja komm hier war ein bisschen so ja geil den kriegen wir und den da auch ernsthaft der war nur mit palmblatt weg damit ich will das nicht soll denn das soll man mit so vielen palmblättern wirklich so ich würde sagen den packen aber vielleicht erst mal auch noch hier rein genau sind das und wir können wieder einen hier bauen wie viel plastik haben wir drei ach nö den haben wir nicht erwischt ich hoffe der hat plastik jetzt können wir plastik wirklich zuhauf gebrauchen den kriegen wir so nicht hört ihr das irgendwo sind möwen oder so ok planken gehen auf fünf planken geht definitiv klar so den hoffentlich kriegen wir auch ja nice so das heißt wir können jetzt wieder eine leiter platine herstellen dann haben wir jetzt vier das heißt einen brauchen wir noch also fünf mal plastik noch und planken fehlen noch ein bisschen ja den müssen wir kriegen wir warten aber noch ein bisschen bis wir den da auch noch kriegen plastik und dahin ist eine insel wenn man so dann sieht man den da rechts wenn man direkt schaut dann sieht man den eher weniger jetzt habe ich nie geguckt haben wir plastik nicht genug wir haben wieder so viel schönen palmblätter ich weiß nicht was ich mit so viel palmblätter machen soll was kann man palmblättern überhaupt hier machen ich weiß es einfach nicht und wir haben einen wunderschönen stein wir können hier nochmal kommen wir vervollständigen hier mal die seite und bauen muss dann immer weiter nach vorne hin wollen wir langsam klar kommen wir gehen auf die insel zu wäre eine idee da kriegen wir noch mal ein bisschen an planken dann können wir hier weiter ausbauen ah der ist auch schon fertig nice so dann packen wir den wo haben wir den hier ton was können wir noch mal mit ton machen ich weiß es nicht mehr was auch krass wie schnell es dunkel wird hier die tage gehen hier schon relativ schnell vorbei wir müssen den noch mal ein bisschen beidrehen aber wir müssen uns den da auch noch schnappen ich hoffe bordes attackiert uns jetzt nicht der wird so oder so tun aber ich hoffe nicht und dass ich hoffe wir schaffen es noch rechtzeitig zurück zum schiff aber den fasst will ich haben und dort kunststoff auch wir haben dafür eine rohe kartoffel bekommen ok bodas hat die bis jetzt noch nicht angegriffen ok kein angriff von bodas kein angriff von bodas ist schon ein bisschen wird finde ich aber es wird wir schnappen uns die gleich anders so das müsste ausreichen wir schnappen uns den und den so und so habe ich den erwischt ich habe mir schon sorgen gemacht dass du nicht zubeißt ich dachte du wärst krank oder so ich dachte das ist der bodas den ich kenne ich habe mir wirklich schon sorgen gemacht um bodas ich dachte schon der hat heute einen schlechten tag oder so keine ahnung dass er nicht mehr angreift nicht mehr zubeißt und so freut mich zu wissen dass es ihm doch gut geht warte mal genau eine platine können wir uns jetzt noch leisten auch schon alle weg ok aber jetzt haben wir die fünf das heißt wir können uns jetzt den empfänger hier bauen können wir nicht wir haben keinen platten nicht genug plastik plastik packen wir auch mal hier hin trockenziegel stimmt trockenziegel können wir aus dem ton machen warte mal wir machen das mal so die lasse ich aber noch hier müssen die erstmal nass sein ich weiß es nicht Ton ganz normaler Ton okay glitscht irgendwo einer durch so aber jeder ein kunststoff mehr ich weiß jetzt nicht was mit dem ton ist also hier werden planken gebrauch ja dann packen wir falsche kiste hier packen wir mal die kartoffeln und die rüben dann packen wir hier den ton noch mal zurück und dann plastik hier hin und dann holen wir uns noch ein paar planken hier können wir ein bisschen entspannter laufen hier ist ja kein vogel oder kein eber hoffe ich doch zumindest ich hoffe ich finde für die ganzen palmblätter eine vernünftige sinnvolle verwendung so viele wie wir davon kriegen ist unglaublich nicht hier runterfallen jetzt hoffe ich da oben gibt es auch noch was dahin ist auf jeden fall noch ein floß sieht schon geil aus nur ich habe das gefühl der ist vielleicht doch ein bisschen zu kurz dass sie vielleicht da doch ein bisschen mehr in die länge gehen muss diese gefühle habe ich hier mit gerade wisst ihr was ich meine dass er länger werden muss so dies können wir wegschmeißen das kann weg das kann weg und das kann weg also wo habe ich überhaupt meinen bauplan hingetan hier zumindest laut meinem bauplan wäre das eigentlich optimal wie ich das hier gemacht habe aber wie das in der realität aussieht ist doch schon etwas komisch geht dann packen wir mal hier hin dann würde ich sagen anker lichten und weiter geht die fahrt wir müssen jetzt aber auch was essen so und wir haben zwei steaks wir können uns heute mal richtig und wir brauchen auch noch was zu trinken kommen wir haben wir haben wassermelonen wir essen die dinge wir fahren mal dahin zum floß in der hoffnung dass da vielleicht noch jemand geiles mit bei ist so dann können wir mal schauen antenne und empfänger hier brauchen wir kein plastik ja weil jede menge strott so den empfänger stellen wir schon mal her und hier 1 2 wird nicht reichen einen brauchen wir noch von der antenne und ich würde sagen den packen war erst einmal hier hin denn als erstes dahin denn hier hin batterie benötigt wir brauchen jetzt noch eine batterie wo kriege ich jetzt eine batterie her was braucht ihr eigentlich alles für eine batterie nein ich will nicht den palmenblatt haben ich hoffe ich erwische den nicht wieder ein wunderschön stein ich weiß ganz genau wo ich den packen werde hier da packt er sieht ja sehr schön aus bin ich da kriege ich nichts von hier müssen wir noch ein bisschen so drehen und wir schwimmen da mal so hin wo ist boris aber danke boris ja wenigstens boris weicht nicht von meiner seite es hat mich einfach nur zum fressen gern und er verlässt mich nicht klar hin und wieder streiten er und ich ja jetzt gerade kleine auseinandersetzung erfinden mich zu sehr zum fressen gern da geht es unter wo es wurde es da kommt schon boris ich hoffe ich schaffe es noch solange ich lebe muss vielleicht noch eine rübe essen ah geil ich habe es gespürt gehabt dass er schon mir im nacken hängt ja komm und jetzt ja geil überlebt wir haben survived so palmenblätter wunderschön die schmeißen war dahin wo sie hingehören wieder zurück zur natur was den machen war so hoch haben wir jetzt batterien gibt sie hier einfache batterie ein kupferwaren drei schrott und sechs kunststoff das wird noch ein teures verfangen das wird noch sehr sehr teuer für uns kann doch nicht sein warum ich will dich haben kann doch nicht sein dass wir den jetzt nicht kriegen kann sein dass wir das nicht überleben ah ne da ist boris komm schnell er hat noch zugebissen wenigstens kriegen wir wieder strott immerhin so den muss ich jetzt auch kriegen ja ja geil da sind auch noch mal zwei und da ist noch mal eine insel aber ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich jetzt noch mal zur insel will doch müssen wir eigentlich wir brauchen wir brauchen kupfer barren beziehungsweise haben wir kupfer wir haben noch ein für den hier aber wir haben nicht genug plastik wir haben wieder ein bisschen schrott so das können wir wegschmeißen und das hier wenn wir hier seil wieder lagern vom plastik packen wir auch erst mal hier rein wir haben sechs schrott sogar warte können wir jetzt vielleicht noch den hier ja wir können noch die letzte antenne bauen nice den packen wir vielleicht erst mal so nein boris aber die beiden fässer die müssen wir haben wo das hat uns nicht erwischt wo schwimmt mein boot hin ich glaube mit der insel war es das und ich glaube mit mir gleich auch gleich vorbei mit mir okay den habe ich jetzt überlebt das wird jetzt ganz knapp komm ich muss das schaffen ich muss das schaffen ja ich hab's geschafft dann lassen wir mal den hier wieder weg dann ab zur nächsten insel ich hab's geschafft das sah schon sehr sehr kritisch aus den da kriegen wir nicht mehr und so wie meine gesundheitsanzeige gerade aussieht werde ich jetzt nicht noch mal ins wasser springen so dann können wir den hier schon mal wegschmeißen und den hier und wir haben erstmal auch wieder genug planken um ein bisschen weiter auszubauen aber wir brauchen eine batterie da fehlen uns zwei kunststoff und können wir eigentlich warte mal die batterien werden vermutlich auch aufgeladen werden müssen weil so eine batterie von aus wird nicht ewig hier halten ich glaube die beiden können wir vergessen oder wir gehen mal hier hin ok den haben wir noch und den haben wir erwischt immerhin jetzt kommt da hinten noch einer und so gehen müssen wir auch noch gleich kriegen dahinter ist wieder eine insel immerhin kriegen wir jetzt wieder ein bisschen mehr plastik ja geil den haben wir erwischt so dann schmeißen wir eben die hier wieder weg und hier den stein die sind aber auch was holz angeht wieder gut bestückt hier so zwei können wir noch schnell den da und dann auch schnell den und da kommen wieder zwei fässer so dann können wir aber das wieder wegschmeißen den scharnier muss ich mal einlagern so wie sie es jetzt mit wir können die batterie bauen so wo haben wir sie da nötig zur versorgung von elektrischen maschinen so oh nice ähm wir müssen in die richtung ich will aber vorsichtshalber erstmal ausmachen aber wie geil ist das denn Wie geil ist das? Vor allem, ich weiß jetzt nicht, was da genau markiert ist. Aber da müssen wir definitiv mal hin. So, den haben wir nicht erwischt. Sauber. Und jede Menge Palmenblätter. Finde ich auch super. Beste, was wir jemals kriegen hier. Glaube ich. So, den muss ich jetzt endlich mal einlagern. Und die hier auch. Und die können wir jetzt auch endlich mal einlagern. So, und dann nehmen wir noch den Fass. Und dann gehen wir mal was essen und trinken. Komm, den müssen wir jetzt kriegen, oder? Auch wenn wir jetzt hohen Wellengang haben. Ja, geil. Wieder Plastik, Palmenblätter. Toll. So, aber dann bauen wir hier endlich mal weiter. Hier haben wir nichts. So, Kokosnüsse. Wir haben so viele Kokosnüsse, können wir die auch mal aufessen. Boah, ich feiere das. Was wir jetzt das Ding hier haben, feiere ich total gerade. Wir müssen mal schauen, wie wir uns auf dem Weg zu der blauen Markierung da machen. So, nice. Den haben wir. Und wieder ein Palmenblatt. Und weg damit. Äh, die Kokosnüsse müssten wir mal. Ja, die Kartoffeln müssten wir mal grillen. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns hier mal auf den Weg zu der blauen Markierung, die jetzt in dieser Richtung ist. Ja, okay. In der nächsten Folge machen wir uns dahin auf den Weg. Und, ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Und, ähm, ich bin's, euer Max Deus. Das war's. Das war's.